Verpiss dich aus der Stadt. Wenn die Fahne nochmal hängt, knallen wir dich weg. Kein ganz normaler City-Swag. Wir sind beim Fußball. Wir sind beim Chemnitzer FC. Allerdings bekommt das hier auch kein Anhänger eines anderen Clubs zu hören, was ja an sich schon schlimm genug wäre, sondern Fans des CFC, die sich gegen die eigene rechte Szene, gegen Homophobie und gegen Rassismus aussprechen. Keine wirklich neuen Probleme in Chemnitz. Der Verein und seine Fans kämpfen seit Jahren gegen die Einflüsse von rechts und gegen ein Image, das oft die gesamte Fanszene unter Generalverdacht stellte. Dabei schaffte der Verein vergangenes Jahr noch den Aufstieg in die dritte Liga, was fast schon wie eine Ironie des Schicksals daherkommt. Und inzwischen vorletzter. Hin und her driftend zwischen erneuten Naziskandalen und wirtschaftlicher Insolvenz. Denn ganz nebenbei tobt auch noch ein Kleinkrieg zwischen Insolvenzverwalter und Fans, die sich irgendwie übergangen fühlen. Aber die nimmt auch kaum einer ernst, weil eben die rechte Szene Eklats am laufenden Band liefert. Keine wirklichen Good Vibes für Trainer und Mannschaft. Marcelo de Freitas, brasilianischer Neuzugang, der soll letzte Woche direkt wieder aus der Stadt geflohen sein, wegen rassistischer Beleidigungen gegen seine Frau. Und dazu haben Trainer und Sportdirektor inzwischen hingeschmissen. Aber stopp, stopp, mal von Anfang, denn hier kann man leicht den Überblick verlieren. Die Messeattacke auf Daniel H. im August 2018 und die Folgen, die sind uns leider, muss man sagen, nur zu gut in Erinnerung. Dass Mitglieder der Chaotic Ultras und der zumindest offiziell aufgelösten NS-Boys damals Protestmärsche durch Chemnitz organisierten, das zeigt, wie eng Südkurve und Stadtleben eigentlich miteinander verbunden sind. Bestes Beispiel. Der bundesweit bekannte Neonazi Thomas Haller. Anfang der 90er war er Mitbegründer der Hooligan-Gruppierung Hunara, Hooligans, Nazis, Rassisten. Einmal wurde gegen Haller sogar wegen Totschlagverdachts ermittelt, als Hunara-Schläger den Punker Patrick Thürmer 1999 zu Tode prügelten. Haller war bis zu seinem Tod im Frühjahr dieses Jahres im Umfeld des Vereins aktiv. Lange mit seiner für Heimspiele zuständigen Sicherheitsfirma. Diese offiziell organisierte Trauerfeier und Choreografie im Stadion nach Hallers Tod sorgt erstmals auch für bundesweites Aufsehen. Und Stürmer Daniel Frahn, der feierte bei diesem Spiel on top sein Tor, indem er ein Shirt hochhält. Support your local Hools. Klaus Simon, der Insolvenzverwalter, spricht im Nachhinein ganz klar vor Nötigung. Der Einfluss der Szene sei doch zu stark. Als Frahn aber Anfang August nach einer Verletzung in der Reha ist und mit Chaotikmitgliedern und ehemaligen NS-Boys das Auswärtsspiel in Halle besucht, wird er suspendiert. Eigentlich ein Zeichen des harten Durchgreifens gegen rechts. Das leider viel zu wenig von Landes- und Bundespolitik gewürdigt wurde. Stattdessen haben viele Fans plötzlich die Nummer von Sportdirektor Thomas Sobozik. Und es gibt Drohungen per WhatsApp. KS und TS töten. Schmierereien fanden sich dazu letztens auch im Stadion. Thomas Sobozik, du Judensau, wurde wohlgemerkt auch von Einzelnen beim Auswärtsspiel in München skandiert. Und dann eine Woche später auch noch ein Stimmungsboykott zu Hause. Einfach kein Tag ohne Skandalgeschichte beim CFC. Aber dazu muss man auch wissen, im Zuge des Entschuldungsplans hatte Simon die Profimannschaft als Kapitalgesellschaft aus dem Verein ausgegliedert. Simon und auch Sobozik werden in Chemnitz also als Feindbilder und als Fremde wahrgenommen, die, einfach gesagt, daherkommen und den Aufsichtsrat bestimmen und den Fans das Mitspracherecht nehmen wollen. Die GmbH ist ein Bollwerk gegen Rechtsradikalismus, sagte Simon. Dafür stehen und kämpfen wir. Gerade deshalb werden wir bekämpft. Ja, so passierte es wohl auch, dass sich beim Pokalspiel gegen den HSV Fans solidarisch mit Frahn zeigten. Ja, und dabei Zettel mit der Rücknummer Helf hoch hielten. Ganz trennscharf sind die Beweggründe zwar nicht. Es wird wohl irgendetwas zwischen Wut auf die GmbH und andererseits Sympathie für Daniel Frahn sein, der zuvor maßgeblichen Anteil am Aufstieg hatte. Aber Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die reden hier nicht von einigen wenigen, sondern von einem Großteil der Fans, die sich aktiv beteiligten. Das zeigt, wie tief die Probleme und die Verwurzelungen der rechten Szene eigentlich reichen. Bitterer Abschluss des Abends. Ein Mitglied des Fanclubs Sektion Vielfalt, wir nennen ihn Stefan R., wird nach dem Spiel von breitschulterigen CFC-Fans abgepasst und bedroht. Einfach, weil er eine Fahne mit dem Schriftzug des Fanclubs in Regenbogenfarben und den Begriffen weltoffen und tolerant aufgehängt hatte. An die Stelle der Entschlossenheit, die der Verein noch bei der Frahnentlassung gezeigt hatte, da scheint inzwischen wieder Zurückhaltung getreten zu sein. Der CFC vermeidet ein klares Bekenntnis, das sich Stefan R., mit dem wir selbst auch sprechen konnten, gewünscht hätte. Es seien wohl wenige Einzelne gewesen, die diese Auffassung politisch nicht teilen oder ein Bier zu viel getrunken haben, sagte ein Sprecher. Dass nun Trainer und Sportdirektor auch ihre Konsequenzen aus den Anfeindungen ziehen und den Verein verlassen, das ist der bisher tragische Höhepunkt in einem Chemnitzer Chaos. Diejenigen, die sich für die Werte des Grundgesetzes stark machen und ihren Platz im Stadion nach wie vor nicht geräumt haben, die werden weniger, aber sie verdienen auch umso mehr Respekt und Unterstützung. Auffassung Auffassung Untertitelung des ZDF für funk, 2017